Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Paid Content. Ja, was ist überhaupt Paid Content? Paid Content ist sozusagen das Fachwort für Werbung auf Social Media oder eben generell im Internet, also bezahlte Inhalte, gesponsorte Posts. Es kann unter Umständen Sinn machen, das in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel eben, wenn du merkst, dass du durch deine organische Reichweite langsam auf ein Plateau gelangst und ja, hier eben einfach nicht mehr weiterkommst. Wenn du zum Beispiel auch noch schneller wachsen möchtest, als du es aktuell tust und eben du generell einfach noch eine neue Zielgruppe erreichen möchtest oder eben mehr von deiner Zielgruppe. Bezahlte Werbung ist ein sehr gutes Werkzeug, um ein neues Publikum zu erreichen, denn du hast hier die Möglichkeit, durch die Social Media Profile, die ja schon sehr gut über ihre Nutzer Bescheid wissen, genau die Werbung zu targetieren, eben also sehr zielgerichtet auszuliefern. Die organische Reichweite sinkt halt mit der Zeit leider immer weiter bei Facebook und Co. und deswegen bleibt das oft auch nur die einzige Möglichkeit hier, um seine Community noch zu erreichen. Teilweise ist es eben sogar so, dass man für die eigene Community, die einem sogar eigentlich schon folgt, noch dann gesponserte Posts braucht, um mehr davon zu erreichen. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, wie man damit umgeht. Der Content, den du als gesponserte Posts bringen solltest, also unabhängig von den Beiträgen, die du schon gepostet hast, aber die du halt nochmal pushen möchtest, sondern hier geht es um neue Beiträge, die machst du am besten kurz und knackig und oder kontrovers. Sie sollten auf jeden Fall ein Eyecatcher sein und eine coole Story vermitteln. Es ist im Prinzip auch nicht so 100% wichtig, was du jetzt genau sagst. Es gibt ja dafür kein Patentrezept. Wichtig ist aber, es ist ganz elementar, dass du den Leuten eben einen Mehrwert bietest, die du dann neu erreichen möchtest. Es geht ja eben um eine neue Zielgruppe und nicht um die, die dir schon folgen. Insofern sind das ja dann eben bezahlte Beiträge, die im Newsfeed zum Beispiel auftauchen, bei Facebook, wo die Leute ja auch normalerweise sehr eben schnell vorbeiscrollen. Wenn sie hier was Neues sehen, muss die Leute direkt greifen, direkt eben catchen und innerhalb von wenigen Sekunden oder Millisekunden von dir überzeugen. Deswegen mach dir hier genau Gedanken, was du hier lieferst. Es soll natürlich dich repräsentieren, es soll deine Arbeit repräsentieren und es soll eben gut kompakt verpackt sein, dass die Leute schnell wissen, woran sie sind und eben auch so gecatcht sind, dass sie Lust auf mehr haben. Deine Zielgruppe kannst du genau aus deinen Statistiken auslesen. Das heißt, du schaust mal an, wer folgt dir denn bis jetzt schon so, was sind das für Leute und es ist natürlich dann auch sehr wahrscheinlich, dass es noch mehr Leute auf dieser Welt gibt, die in dieses Raster fallen und an die du dann diese Posts ausliefern kannst. Du hast dann die bestmögliche Targetierung, wenn du eben nicht einfach nur dir was aus der Luft greifst und sagst, ich hätte gerne an alle Leute, die gerne Hip-Hop hören, was ausgeliefert, sondern das Ganze eben noch genauer machst. Bei einer kleineren Zielgruppe kann dann auch das Budget kleiner sein, um ein selbes Ergebnis zu erreichen. Also wenn du jetzt eben einfach nur an alle auslieferst, die Hip-Hop hören, dann ist das eine riesige Zielgruppe. Das kostet auch Unmengen Geld, eben an so eine große Zielgruppe den Post auszuliefern. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel sagst, eben nur ganz grobes Beispiel, alle Hip-Hop-Hörer in Berlin von, ja, im Alter 15 bis 30 Jahre, dann schrumpft die Zielgruppe natürlich schon deutlich ein. Und die Leute, die dann eben den Post erhalten, sind ja auch wahrscheinlicher Leute, die mit dir interagieren werden. Das heißt, dein Geld ist auch viel besser angelegt. Du kannst dann eben auch noch Interessen angeben, sowas wie Hip-Hop wäre dann zum Beispiel ein Interesse, oder dass sie bestimmte Clubs feiern, eben dass sie in einer bestimmten Gegend wohnen, wie alt sie sind. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die du hier einstellen kannst. Mach deine Zielgruppe deswegen so klein wie möglich, so genau definiert wie möglich, denn hier ist eben dein Geld dann am besten angelegt. Du kannst außerdem Lookalikes von den aktuellen Followern erstellen, dann macht Facebook eben sowas wie, dass sie schaut eben, wer folgt dir denn aktuell und macht dann von sich aus einen potenziellen neuen User, an den sie die Sachen dann ausliefern. Außerdem kannst du bei Paid Content sehr gut Links anbinden. Das ist ja zum Beispiel auch etwas, was auf Instagram generell eben eher schwer ist, aber bei Werbungsposts kannst du normalerweise immer einen Link hinterlegen, auf den die Leute dann schnell klicken können, sei es jetzt im Newsfeed oder wenn es in der Story auftaucht, dass sie eben hochwischen können. und deswegen kannst du hier sehr gut auch Dinge bewerben, unabhängig von der Plattform, auf der du eben gerade wirbst. Teste dein Budget langsam, komm jetzt nicht im Prinzip in den Werbefieber und pute da direkt 20, 30, 50 Euro für Werbung raus auf einen Post. Das ist auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, verschwindetes Geld. Das wird natürlich irgendwo ankommen, aber es geht ja darum, dass wir möglichst zielgerichtet die Aktion durchführen. Deswegen starte mit wenigen Euro, ja, 2, 3, 4, 5 Euro, probiere mal aus, wohin die Reise geht und wenn du merkst, da kommt was zurück, das geht wirklich, dann kannst du ja immer noch mehr Geld reinstecken, denn wenn du eben einfach mal auf gut Glück mit einem großen Betrag irgendwo reingehst und dann hinterher merkst, die Zielgruppe war vielleicht doch nicht so gut ausgewählt, dann ist das Geld ja trotzdem weg. Wichtig ist auch, dass du dann bei der Bezahlart immer einstellst, dass du für die Klicks bezahlst und nicht das, wie oft Leute die Werbung gesehen haben, denn das, an was du interessiert bist, ist ja eben der Klick. Du solltest verschiedene Arten von deinen Werbeposts ausprobieren, das Ganze nennt man Split-Testen. Diese mehreren Varianten können sich insofern unterscheiden, dass der Content sich vielleicht ein bisschen ändert, das heißt, dass du Dinge anders formulierst, sei es jetzt die Bildunterschrift oder das Bild an sich, das du bewirbst, ein bisschen anders ist das Arrangement von dem, was zu sehen ist, ist etwas anderes. Die Anordnung von Dingen ist anders und hier hast du wirklich viele Möglichkeiten, mehr oder weniger dasselbe rüberzubringen, aber anders aussehen zu lassen. Da ja aber Menschen eben sehr subjektiv und individuell reagieren, musst du halt schauen, welche Variante eben vielleicht besser funktioniert, sei es jetzt eben durch die Farben oder eben generell das, was abgebildet ist oder das, wie du das beschreibst, was du bewirbst, was auch immer ist. Mach mal zwei, drei Varianten von einem Werbepost und bewerb die mit wenig Geld und wenn du dann siehst, welcher von denen am besten performt hat, dann kannst du hier eben nochmal mit einem größeren Betrag reingehen. Die Laufzeit sollte dann nicht unter zwei Tagen betragen, zum einen, weil dann dein Publikum den Post mehrfach angezeigt bekommen kann und natürlich zum anderen auch generell mehr Leute den Post sehen. Also wenn du hier nur wenige Stunden oder einen Tag einstellst, dann verschwindet der schnell wieder im Nichts und oft ist es auch so, dass man mehrere Berührungen braucht, wie man so schön sagt, bis man dann den Klick tätigt und das ist mehr oder weniger gar nicht böse gemeint vom Konsumenten, sondern das ist einfach eben unser menschliches Verhalten, das wir ab und zu mal ein bisschen länger brauchen, bis wir aktiv werden. Vorsicht, das ist hier geboten bei den Fake-Abonnenten, das haben wir vorhin schon angesprochen in der letzten Lektion, denn wenn du hier Werbung an deine aktuelle Follower-Schaft ausstellst, dann wird die ja auch an die Fake-Profile, an die Toten, ja, ausgeliefert und das ist natürlich Geldverschwendung, das ist ganz klar, hier wirst du nichts erreichen. Außerdem, wenn du eben sagst, schick dir einen Post an Menschen, die den Menschen, die mir folgen, ähnlich sind, dann hast du insofern ja auch ein Problem, dass vielleicht deine Fake-Abonnenten aus Indien kommen und dann wird deine Werbung vielleicht sogar in Indien geschaltet und dass das nicht zielführend ist, ist natürlich auch klar. Deswegen musst du hier wirklich vorsichtig sein, deswegen sagen wir auch immer, übertreib das hier nicht und geht das Ganze mit Verstand an. Es ist auch noch eine Frage, das ist nicht so ganz klar, ob deine organische Reichweite durch dieses Werbungsschalten reduziert wird, das ist nicht ganz sicher, es kann aber sein, also insofern du merkst, dass deine organische Reichweite eigentlich sehr gut ist, dass du gut mit deiner Community ja interagieren kannst und dass es an sich auch blöd gesagt läuft bei dir, dann überleg dir zweimal, ob du mit diesen gesponserten Posts anfängst, denn hier wird dann sozusagen auch das Netzwerk gierig und drückt vielleicht noch deine organische Reichweite, dass du weiterhin bezahlte Posts auslieferst und ja, diesen Service nutzt sozusagen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen, insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail, diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.